hallo meine freunde ok zehn jahre zehn jahre sind rum okay spaß beiseite ich bin dann auf 204 und in dem video geht es um mein kanal zehn jahre sind jetzt drum ja vor zehn jahren genau habe ich mein allererstes tutorial hochgeladen dass dort und tatsächlich das zweite auch habe ich gesehen die ersten beiden habe ich tatsächlich vor zehn jahren hochgeladen steht hier zehn jahre zehn jahre wir haben es geschafft ich kann es noch mal kurz zeigen hier steht genau der zweite siebte 2019 und wir haben jetzt den zweiten siebten 2009 10 ja es ist echt erstaunlich das muss ich wirklich sagen wie viel zeit vergangen ist und ich möchte ein bisschen alles ein bisschen revue passieren lassen ein bisschen darüber reden was hat mich überhaupt dazu bewogen rpg maker tutorials zu machen damals weil und jetzt kommen wir zu punkt eins ich war damals vor zehn jahren der erste deutschsprachige rpg maker xp tutor und das ist schon ziemlich cool deswegen habe ich auch die aufrufe bekommen nicht weil ich irgendwie gut bin oder so sondern weil ich einfach konkurrenzlos war es gab keinen anderen es gab niemanden der rpg maker xp tutorials gemacht hat außer meiner wenigkeit und deswegen hatte ich damals schon hier 24.000 aufrufe bekommen habe die videos dann die ersten vier beziehungsweise die ersten sechs zwei fehlen hier die das eine davon habe ich sogar gelöscht habe ich gesehen und das andere ist noch auf privat also es waren ursprünglich sechs videos habe ich dann auf privat gestellt und habe dann hier weiter gemacht quasi also noch mal neu angefangen mit neuen videos also noch mal die grundlagen von vorne von ganz von vorne und dort ging es dann ein jahr später dann oder fast ein jahr später also nicht ganz naja fast ein jahr später genau ja ist eigentlich ziemlich fast okay fast ein jahr später ging es dann los das erste mal ja jetzt kommt ich weiß ich weiß es ist verrückt aber das erste mal dass ich spreche ich war sehr sehr aufgeregt und habe auch viele fehler gemacht aber das dazu kommen wir später erst mal zum anfang zurück zehn jahre wie gesagt zehn jahre sind vergangen was hat mich bewogen tutorials zu machen ganz einfach ich wollte damals an sprints wars 2 weiter arbeiten das war halt vor zehn jahren also 2009 ich hatte ja 2005 mal angefangen sprints wars 2 zu machen und habe das dann in der weile gemacht immer mal wieder ein bisschen hab dann aber irgendwann abgebrochen und 2009 wollte ich sprints wars 2 nochmal machen da gibt es noch den peinlichen trailer von damals aber den zeige ich jetzt lieber nicht der ist privat aus gutem grund obwohl ich kann ja mal kurz kann ich ja mal rein zappen oder wir gucken mal kurz ins intro ja wir gucken mal kurz jetzt intro ist gar nicht auf privat ja dann brauche ich ja gar nicht da rein gucken wir gehen auf jeden fall das können sich selber mal angucken kanal anpassen und dann müsste ich auch die privaten videos sehen okay es müsste ja ganz unten sein logischerweise ähm, weil das ist dementsprechend genau hier der Sprunds Wars 2 Trailer das ist richtig übel und richtig schlecht, es tut mir sehr leid dafür, ähm, das habe ich nach 10.000 Aufrufen dann auch auf privat gestellt, weil es mir irgendwann zu peinlich war, ähm sonst hätten das noch mehr Leute gesehen und das wäre richtig peinlich, ja, ähm wir zappen mal kurz durch hier sieht man ein bisschen ähm oh nein, das gucken wir uns nicht an äh, das war ich übrigens nicht, das war ein Kumpel von mir, aber das gucken wir uns nicht an wie gesagt, ähm ja, hier sieht man das Kampfsystem das war ziemlich schlecht noch damals oh ja, Action-Kampfsystem, ja, oh das bin ich übrigens, so jetzt habt ihr kurz ein Phase-Revival gesehen mehr oder weniger, so ein bisschen ähm, ach ja, und ficken kannst du auch wieder, bla bla eigentlich nur dumme Sprüche hören ja, wie gesagt, das war ziemlich ähm schlecht das war ziemlich schlecht auf jeden Fall, ich zeig den jetzt nicht komplett oh wow fast 70 Likes, wieder selbst geliked sag mal irgendwie ist das schon das zweite Video, was ich selbst geliked habe vielleicht habe ich meine ersten beiden Videos tatsächlich selbst geliked damals fand ich das vielleicht noch cool oder so ich weiß es auch nicht ähm ähm, mittlerweile ist mir das eigentlich relativ bumpe wie viele Likes ich habe vor allem würde ich niemals auf die Idee kommen, mich selbst zu liken sowas Bescheuertes aber, naja, ich war auch mal jung und brauchte das Geld vor allem die Likes ähm ähm, oh mein Gott das ist so peinlich gewesen auf jeden Fall, egal ähm Fremdschirmfaktor over 9000 genau dann ist hier noch das ähm ähm Video, was noch auf Privat ist das da habe ich gezeigt, wie man quasi einstellt, dass Vollbild ist beim AppG Maker dass der automatisch mit Vollbild halt startet beim XP ähm aber das habe ich später nochmal neu gemacht deswegen habe ich das dann auf Privat gestellt und auf Privat gelassen zumal ich hier, wie gesagt, noch nicht geredet habe das habe ich erst ab hier gemacht aber dazu kommen wir später und dann habe ich hier was gelöscht aber dazu kommen wir auch später so ähm viele Kritik wurde geäußert zum Beispiel, dass ich halt nicht geredet habe ich habe die ähm ganze Information über Textboxen eingeblendet das kann man leider nicht mehr sehen ähm leider das war damals aber üblich ähm also das haben auch andere Tutoren gemacht nicht unbedingt im RPG Maker Bereich aber das habe ich auch bei anderen gesehen das war nicht unüblich dass viele Leute gar nicht gesprochen haben in ihren Videos früher vor 10 Jahren war das noch relativ üblich aber meistens haben sie das über Textdateien gemacht also auf dem Desktop so eine Textdatei erstellt hier neu Textdokument und dann haben sie hier was reingeschrieben natürlich immer vielleicht ein bisschen mit größerer Schrift ähm zum Beispiel ja so dass man das auch lesen kann auf YouTube dann aber das fand ich halt übelst bescheuert zumal ich es unbedingt anpassen können wollte und früher hatte ähm so früher hatte ähm YouTube genau noch die äh ja ähm ja Funktion dass man Textboxen einblenden konnte und das geht lustigerweise nicht mehr aber naja was will man machen das ist nicht so schlimm das hier ist im Großen und Ganzen mein erstes Video ich kann das ja ein bisschen laufen lassen es ist eh kein Sound also so oder so ihr verpasst nichts und ihr müsst das auch nicht sehen ihr könnt das ja mal rein zappen wenn ihr selber Lust habt erkläre ich das kurz wie das mit den Ebenen funktioniert das ganze Mapping aber ähm das ist eigentlich Kindergarten das brauchen wir nicht unbedingt also das habe ich auch schon x mal neu gemacht das zum Beispiel hier sieht man es nochmal neu ähm bei bei dem ersten wo ich gesprochen habe und dann sieht man es auch in dem was ich letztens vor letztens vor ein paar Monaten erst neu aufgenommen habe das Mapping Video die Mapping Grundlagen für RPG Maker XP da habe ich das auch nochmal erklärt und das auch mal in etwas vernünftiger Qualität ja ist auf jeden Fall ganz lustig oh Kommentare könnte man sich auch vielleicht mal durchlesen aber das lassen wir das ist vielleicht noch peinlicher damals war ich jung okay ich war jung das dürft ihr nicht so ganz eng sehen jeder war mal jung auf jeden Fall genau jetzt können wir die privaten Videos ja mal wieder weg machen die komme ich hier wieder zurück einfach auf zurückdrücken denke ich mal genau so genau und so fing eigentlich im Grunde alles an ich wollte Sprung Swords 2 machen und hab dann auf YouTube jetzt um wieder zum ursprünglichen zurück zu kommen hab auf YouTube dann nach Tutorials gesucht ich hab natürlich eingegeben so wie jeder normale Mensch RPG Maker Tutorial so oder XP Tutorial hab ich glaube ich sogar eingegeben hab aber keine deutschen gefunden naja jetzt findet man deutsche meine natürlich logisch ähm Achtung bitte seht euch meine neuesten Tutorials an und nicht dieses alles klar das ist gut zu erkennen das finde ich gut sondern dieses hier hab ich dann ähm gefunden von Naruto Realm Sabuza ähm und das hat mich dann irgendwie dazu gebracht dann darüber nachzudenken warum muss ich mir ein englischsprachiges Video angucken wenn ich den RPG Maker nochmal die äh Basics ein bisschen auffrischen will weil ich hatte halt länger nicht mit dem RPG Maker gearbeitet und wollte dann meine Basics ein bisschen auffrischen und wollte ein Video gucken dazu ein Tutorial Video ist ja eigentlich aus heutiger Sicht selbstverständlich vor 10 Jahren oder er hat es sogar schon vor 11 Jahren hochgeladen sein Video da war das noch nicht so selbstverständlich dass man YouTube Tutorials gemacht hat zu jedem absolut erdenklichen Zeug was es gibt das ist eigentlich erst heutzutage so im Grunde das war vor 10 Jahren noch nicht so da gab es viele Sachen da gab es einfach noch gar keine Tutorials zu zum Beispiel der RPG Maker XP da gab es das noch nicht auf Deutsch und das ist echt ziemlich erstaunlich gewesen und ich dachte mir hey ich weiß noch genau wie ich 2004 war das extreme Probleme hatte in den RPG Maker reinzukommen ich hatte wirklich sehr große Probleme und habe sehr sehr lange gebraucht oder war es schon 2003 ich glaube sogar das war schon ich weiß es nicht mehr ich will jetzt nicht lügen es war 2003 oder 2004 wo ich das erste Mal mit dem RPG Maker in Kontakt gekommen bin durch einen Kumpel und der hatte das glaube ich den RPG Maker 2000 von der Bravo Screen Fund die gab es damals noch ähm und ja und dann sind wir zum ersten Mal dann mit Vampires Dawn etc. in Verbindung gekommen also in Kontakt gekommen und da hatte ich übelste Probleme reinzukommen in den RPG Maker das war so unglaublich schwer ich konnte mir das gar nicht vorstellen wie das so richtig funktioniert und ich habe unglaublich lange gebraucht ich hatte auch ähm keine Internet Tutorials weil ich selber zu Hause bei mir kein Internet hatte und konnte dementsprechend auch nicht in irgendwelche deutschsprachigen Foren irgendwas raussuchen oder so ich musste mir das alles selbst beibringen und ich weiß ganz genau wie schwer das ist und ich weiß das heute noch wie schwer das ist und deswegen habe ich mich damals hingesetzt und mir gedacht hey was der hier auf Englisch kann man das kannst du doch auf Deutsch genauso und dann habe ich das angefangen zu machen einfach nur weil ich mir dachte hey ich kann anderen helfen mehr war dann nicht dahinter kein anderer Gedankengang und gleichzeitig wollte ich mein eigenes Wissen auch damit ein bisschen auffrischen weil wenn man anderen was beibringt lernt man selber auch noch dazu das ist halt auch immer eine sehr wichtige Sache die man auch immer ähm bedenken sollte und ja so fing eigentlich im Grunde alles an ja mittlerweile bin ich halt eigentlich gefühlt immer noch der einzige RPG Mega XP Torture der Deutsche nein das nicht aber der einzige der wirklich Erfolg hatte der auch durchgezogen hat bis zum bitteren Ende bis zum Umfallen nein das auch nicht ich ähm nicht bis zum Umfallen aber ich habe halt wirklich sehr viele Videos gemacht wie ihr sehen könnt das sind ja wirklich 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 ein ganz paar Videos ganz ganz paar Videos und einige und einige habe ich schon mittlerweile wie gesagt gelöscht oder halt auf privat gestellt und das geht euch dann auch nichts mehr an ja das geht euch nichts mehr an was gelöscht und privat ist die gelöschten habe ich sogar selber nicht mehr zum großen Teil glaube ich mal wenn ich sogar ich gar keins mehr davon habe und die auf privat gestellten ja die sind nicht so entscheidend für euch denke ich mal ähm genau und dann wurde genau Kritik geäußert dass ich halt zum Beispiel nicht rede und dann habe ich später dann geredet ab dem Video hier weil ich das dann auch irgendwann ich versuche ja auch die Kritik irgendwie umzusetzen aber das macht man halt auch nicht von heute auf morgen meine ersten Videos wo ich geredet habe die sind alle übelst der Murks das kann man nicht mit heutiger Qualität vergleichen was Qualität werdet ihr jetzt denken ja gut nennen wir es nicht Qualität aber mit heutigen Standards mit meinen Standards von heute okay mit denen kann man das nicht mehr vergleichen ähm ich war damals noch ein bisschen schüchtern und habe sehr leise geredet und das musste ich dann auch ähm dann künstlich ein bisschen lauter machen und dann musste ich noch übelst viel Rauschunterdrückung reinmachen und ähm auch irgendwelche anderen Geräusche sind dann etwas lauter geworden logischerweise ähm ja und dementsprechend die ganze Audioqualität das alles das die ganze Aufmachung das war gar nicht so wirklich gut logischerweise ihr könnt auch gerne rein zappen nochmal ähm in das Video hier das erste wo ich gesprochen habe da könnt ihr gerne rein zappen das wurde natürlich auch bemängelt in den Kommentaren alles kein Thema habe ich auch verstanden und ich habe sie auch verbessert mittlerweile ein bisschen also so weit wie ich es hinkriege ich bin ja auch nicht perfekt ich bin ja nicht Gott oder so ähm genau ich habe immer noch meine Probleme mit dem Sprechen ich ja ja mit dem Sprechen ja na gut ich habe auch viele andere Probleme aber okay aber kommen wir zurück zum Thema genau und ähm das bin ich natürlich angegangen und habe das dann auch gemacht es gab noch weitere Kritik aber da jetzt erstmal Schwamm drüber genau und dann habe ich das natürlich verbessert und habe viele andere Sachen auch verbessert oft wurden mir auch immer wieder dieselben Fragen gestellt wodurch es dann irgendwann in meinem Kopf auch Klick gemacht hat wodurch ich dann wusste ah irgendwas habe ich doch in den Videos falsch gemacht warum kommen denn immer dieselben Fragen warum immer dieselben Fragen logischerweise muss man den Fehler bei sich selbst suchen nicht bei dem nicht bei den anderen ich muss ja selbst darüber nachdenken was habe ich falsch gemacht warum stellen sie dieselben Fragen immer und immer wieder dieselben Fragen zum Beispiel oh was weiß ich ja gut mir fällt jetzt spontan einfach nichts mehr ein es ist zu lange her und die alten Nachrichten kann ich leider nicht rauskramen ich habe ja unzählige private Nachrichten auf YouTube beantwortet unzählige das waren so viele oh mein Gott wie viel Lebenszeit da draufgegangen ist das kann man sich gar nicht vorstellen ich glaube da ist noch mehr Lebenszeit draufgegangen als durch die Videos aufnehmen und da ist schon immens viel Lebenszeit draufgegangen da muss ich wirklich sagen das ist heftig gewesen ich habe das habe ich dann auch irgendwann abgebrochen irgendwann ich hatte einfach keine Zeit und keinen Nerv mehr dafür aber dazu kommen wir auch später gut dann habe ich Videos hochgeladen Kontakte geknüpft Leute kennengelernt andere RPG Maker Tutoren habe dann auch Werbevideos hier gemacht mal ein paar andere RPG Maker Tutoren oder wieder mal ein neuer und guter RPG Maker Tutor beziehungsweise XP Tutor und so weiter und so fort dann habe ich einen neuen Kanal gegründet um ein paar Sachen auszulagern aber das hat dann nicht so gut geklappt wie ich mir das vorgestellt hatte und ich wollte dann auch ein Spielprojekt machen über den anderen Kanal mit der Community zusammen aber wie gesagt das ist dann leider ein bisschen gescheitert aus diversen Gründen da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen das würde den Rahmen des Videos sprengen ihr wollt hier bestimmt nicht zwei Stunden sitzen und mich hier zuhören ich würde mich freuen wenn ihr das Video bis zu Ende anhört und kommentiert und liked und ihr könnt ja auch mal eure Erfahrungen die ihr die letzten zehn Jahre mit dem RPG Maker gesammelt habt oder die letzten Jahre je nachdem wie lange ihr da schon dabei seid was ihr so quasi gemacht habt die letzten Jahre mit dem RPG Maker würde mich interessieren aber dazu kommen wir auch später genau viel Quatsche vom Don ja es hat sich nie geändert bis heute nicht dann habe ich angefangen mit den Wunschlisten also mit den Wunschlisten das war einer meiner größten Fehler das war richtig dumm das zu machen das war richtig dumm weil ich dann erst gemerkt habe dass ihr gar nicht wisst oder nicht richtig ausdrücken könnt was ihr eigentlich selber wollt und das ist aber das ist mir dann erst bei Wunschlisten 2 passiert die erste ging noch und dann habe ich halt die zweite auch gemacht logischerweise und die zweite habe ich dann auch fertig gemacht und die dritte dann gestartet genau und dann kam das mit dem Kontern und das Kontern kam nicht so gut an das sieht man auch an den Aufrufszahlen hier 251 haben nur das zweite Video gesehen von 633 die das erste Video gesehen haben und das erste Video ähm hat auch ein paar negative Kommentare gehabt aber ich weiß nicht ob die noch existieren ist ja auch egal es spielt keine Rolle auf jeden Fall war das Problem dass ähm manche fanden das mit dem Konter das hat irgendwie nicht so das war nicht das was sie wollten manche haben halt quasi sinngemäß geschrieben dass ich den Wunsch aus der Wunschliste nicht so umgesetzt habe wie sie es gerne gehabt hätten sondern falsch umgesetzt habe oder anders umgesetzt habe und dadurch ist es halt nicht für ihr Spiel geeignet äh ich hoffe ihr versteht was ich meine ich habe es missinterpretiert und ähm und ich habe mich extrem lange hingesetzt damit das überhaupt funktioniert hatte ich habe wirklich das Video hier ist 35 Minuten das andere 30 Minuten insgesamt eine Stunde Videomaterial ich habe wahrscheinlich 10 Stunden Vorbereitung gebraucht um das hinzukriegen um dieses Tutorial hinzukriegen ich habe ewig dran gesessen ihr seht auch momentan an meinem Livestream ganz oben hier für FlappyMV hier eine Stunde zwei Stunden das sind schon drei Stunden wenn ich daraus ein Tutorial machen würde dann wäre das vielleicht am Ende nur eine halbe Stunde aber es hat locker drei Stunden Vorbereitung gebraucht und das ist noch nicht mal die komplette Vorbereitung das ist nur einmal probieren Entschuldigung das ist nur einmal probieren im Grunde einmal ähm gucken wie mache ich das am besten und dann müsste ich noch ein paar Sachen optimieren also vielleicht Arbeitsabläufe vielleicht ein paar ein paar Sachen ändern damit das ein bisschen effizienter wird alles damit ich es auch auf eine halbe Stunde runterkürzen kann irgendwie dann muss ich es ein paar Mal proben vielleicht ein oder zweimal damit ich während der Aufnahme nicht zu viele Schussefehler mache ihr habt es ja selber gesehen wer meinen Stream verfolgt hat oder ihr könnt ihn ja auch immer noch nachholen ähm dass ich sehr sehr viele Schussefehler immer zwischendurch mache ist ja logisch man macht immer wieder mal irgendwo einen Fehler man klickt auf den falschen Button oder hat irgendwo einen Denkfehler das kann ja mal passieren aber in so einem Tutorial sollte das nicht passieren zumindest nicht zu häufig und das muss dann halt auch eine halbe Stunde am Stück klappen und wenn man wo war ich jetzt stehen geblieben und wenn man dann eine halbe Stunde am Stück aufnimmt und merkt oh ne jetzt habe ich irgendwo in der Mitte einen Fehler gemacht und der wirkt sich jetzt auf den kompletten Rest des Videos aus und am Ende merkt man das erst dass man alles falsch gemacht hat und man muss das Video komplett neu machen und und wie gesagt die ganze Vorbereitung sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen wie setze ich das um und alles also ich würde wirklich sagen 10 Stunden Vorbereitung könnte man da schon einrechnen und ich war dann halt ein bisschen angefressen das gebe ich jetzt offen zu ich war ein bisschen angefressen von der Sache dass das halt nie geklappt hat so richtig also dass ich im Grunde umsonst gearbeitet habe ich dafür nichts bekommen habe na gut ich habe nie was bekommen nie wirklich darum ging es ja auch gar nicht aber ich meine dass ich dass ich im Grunde habe ich mit dem Video nichts erreicht keiner hat das im Grunde in seinem Spiel verwendet ich muss auch zugeben ich habe es auch nicht sehr gut umgesetzt das gebe ich auch offen zu aus heutiger Sicht würde ich es völlig anders machen aber es war halt funktional aber es war nicht genau das was sie wollten ich hoffe ihr versteht das deswegen ist Visualis 3 für immer offen geblieben ich hatte dann einfach nach der zweiten einfach keinen Elan mehr das zu machen und das werde ich auch wahrscheinlich nie wieder machen ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will genau dann genau erstmal hier danke Alexis das ist ziemlich lustig gewesen also das war glaube ich mein zweiter Mindblow mein erster Mindblow war im Grunde als ich die scheiß 1000 Abonnentengrenze gesprengt hatte hier sieht man es schon 1200 Abonnenten also das ist schon eine Weile her ich kann es jetzt nicht genau datieren wann das war aber das war mein erster Mindblow damals hier vor sieben Jahren da waren vor sieben Jahren man muss sich das mal überlegen vor sieben Jahren hier wann war das Video hochgeladen hier am 24.10.2011 und da hatte ich schon 1200 Abonnenten also wahrscheinlich hatte ich ein Vierteljahr vorher schon 1000 Abonnenten geknackt also im Grunde das vor 8 Jahren kann man schon grob sagen Pi mal Daumen vor 8 Jahren habe ich die 1000 Abonnentengrenze geknackt und das war damals vor 8 Jahren war das wirklich enorm viel Abonnenten es gab nicht so viele Menschen die das geschafft hatten damals und ich mit irgendwelchen publigen RPG Maker Tutorials und das war ziemlich erstaunlich das hätte ich auch nie gedacht und nie für möglich gehalten das war mein erster Mindblow im Grunde dass ich so viele Menschen dazu bringen kann auf Abonnieren hier in meinem Kanal zu drücken und meine Videos zu gucken dass ich das ist ziemlich erstaunlich gewesen für mich also das hat wirklich mein Verstand im Grunde ein bisschen gesprengt das war ziemlich interessant auf jeden Fall so danke Alexis ich weiß nicht ich wollte jetzt auf was anderes hinaus eigentlich und nicht auf meine Abonnentenzahl oh Mensch ja hier Wischlis 3 genau ich glaube die habe ich dann aufgelöst in dem Video hier was ich davon machen werde aber habe es dann nie gemacht genau ach Mensch jetzt finde ich das vielleicht finde ich in der ne finde ich auch nicht in der Beschreibung einen Link schade ich kann euch das jetzt nicht so demonstrieren wie ich das gerne hätte das müsste ich jetzt ewig raussuchen habe ich jetzt aber keine Lust zu muss ich ehrlich sagen ganz einfach die Sache war die dass ich auf ähm auf RPG Studio in deren Wiki RPG Studio gibt es ja leider nicht mehr so wirklich ich kann ja mal suchen ich kann ja mal suchen Studio genau und rpgstudio.org genau ah das finde ich noch und dann Wiki und dann unter ich weiß nicht ob ich es unter XP finde genau unter Tutorials und dann unter Video Tutorials findet man meinen Kanal und das fand ich war der zweite Mindblow in dem Sinne was mein Verstand einfach ich konnte das nicht richtig fassen so wirklich dass ich dass andere fremde Menschen in dem Fall Alexis äh dieser Person danke ich ja in dem Video weil sie mich hier eingetragen hat dass andere fremde Menschen auf die Idee kommen überhaupt mich in ihre Wiki einzutragen das darüber kann man sich das kann man gar nicht begreifen warum kommt jemand auf die Idee das zu machen klar wegen den Tutorials aber das ist das auch aus heutiger Sicht muss ich ehrlich sagen warum warum ich ich verstehe das natürlich irgendwo aber irgendwo ist das total merkwürdig das Gefühl ich weiß nicht ob ihr das versteht was ich meine aber dazu kommen wir dann später noch das ist wie mit den tausend Abonnenten warum ich was habe ich dafür getan ich habe nichts gemacht ich habe nur hier ein paar publige Videos hochgeladen hatte ein bisschen Spaß dabei mehr ist es im Grunde nicht warum was habe ich getan klar ich war der Erste das ist halt eigentlich denke ich mal der einzige Grund ich war halt der Erste deswegen tausend Abonnenten und weil ich halt auch so lange am Ball geblieben bin wobei es bis dahin ja noch nicht so lange war es ging ja noch wie ihr seht noch ein bisschen weiter aber weil ich so lange am Ball geblieben bin denke ich mal bin ich dann auch in der Wiki gelandet aber es ist trotzdem sehr merkwürdig gewesen als ich das gesehen hatte ihr könnt euch das nicht vorstellen wie merkwürdig das ist dieser der Gedankengang der da durch einen Kopf äh durch meinen Kopf gegangen ist das ist das kann man einfach nicht beschreiben das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl dann mein erstes Let's Play jetzt geht es erstmal weiter Quest for Insight das ist aber ziemlich schlecht das Let's Play das tut mir auch sehr leid ähm am besten ich stelle das auch mal auf Privat kann ich das hier direkt auf Privat stellen? nein kann ich nicht naja egal lassen wir es vielleicht guckt ihr es nie ich hoffe ähm dann ein Vergleichsvideo zwischen den XP und den MV äh MVX nicht MV Entschuldigung VX das ist aber richtig schlecht von der Qualität her das Video das hat überhaupt nicht geklappt vom Ton her und die 40 Minuten das wollte ich nicht nochmal neu aufnehmen aber es war richtig schlecht also das ist richtig schlecht gewesen das tut mir auch sehr leid dass das nicht richtig geklappt hat so wie ich das aus heutiger Sicht hätte ich es nicht hochgeladen ich hätte es nochmal neu gemacht auch wenn es 40 Minuten Lebenszeit ist die da vergeudet wurde aber ich hätte es einfach nochmal neu gemacht vielleicht vielleicht hätte ich es auch einfach nie hochgeladen ich weiß es einfach nicht was ich gemacht hätte aus heutiger Sicht ähm es würde wahrscheinlich einfach nicht mehr passieren ich würde wahrscheinlich erstmal 3 Minuten Test aufnehmen mir das anhören wie das so ist und dann würde ich erst die 40 Minuten ich hab ich hab nicht nachgedacht aber so ist es halt im Leben so dann hab ich wieder weiter ähm Tutorials hochgeladen dann hab ich ähm Don F's Let's Plays Einleitung gemacht und habe quasi darum gebeten dass ihr mir eure Spiele zeigt damit ich die also schickt damit ich die Let's Playen kann dass es dann nie passiert mir hat eigentlich niemand wirklich Spiele gezeigt also ich glaub einer hat mir oder zweier ja ich glaub zweier haben mir äh daraufhin dann Spiele geschickt aber die sollte ich dann nicht Let's Playen sondern einfach nur so spielen aber äh zum Let's Playen hat mir dann niemand wirklich Spiele geschickt aber das ist nicht schlimm spielt keine Rolle ich hab euch die Möglichkeit gegeben dass ich diese Spiele vorstelle in einem Let's Play und das wolltet ihr nicht das ist ja auch nicht schlimm genau dann geht's weiter dann hab ich mit dem Zelda-Kampfsystem angefangen aber das war auch ähm das sind die Herzgrafiken genau da fing's dann auch schon wieder an ich weiß nicht ob die Kommentare alle noch existieren aber ich kann mich noch gut erinnern da war so ein Kommentar das hat mich auch irgendwie ein bisschen da dachte ich mir auch ach man kann man sich das nicht verkneifen manchmal nervt's einfach nur da hatte jemand geschrieben dass ich halt ne kein Photoshop Tutorial machen soll sondern RPG Maker Tutorial und ich dachte mir in dem Moment einfach nur man ich hab sogar am Anfang des Videos gesagt dass man das Video überspringen kann und in der Videobeschreibung die Herzgrafiken runterladen kann falls man das Video nicht sehen möchte und dann kommt trotzdem jemand auf die Idee in die Kommentare zu schreiben dass ich keine Photoshop Tutorials machen soll mehr oder weniger ich weiß nicht genau wie es formuliert war spielt auch keine Rolle aber das ist mir auch im Gedächtnis geblieben negativ natürlich und da fragt man sich auch irgendwie warum mach ich das hier eigentlich warum mach ich Tutorials wenn die am Ende niemand sehen möchte wenn ich am Ende im Grunde ja ich weiß auch nicht die die Schreihälse sind manchmal am lautesten hat man das Gefühl oder die prägen sich halt am meisten ein ähm oder die negativen nicht die Schreihälse die schreien ja nicht im Internet ähm wenn dann schreien sie ihren Computer an das kriege ich ja nicht mit ähm wahrscheinlich schreien sie die ganze Zeit oh Don F du Idiot Mann was machst du denn da aber ich kriege das zum Glück nicht mit ähm ähm auch viele private Nachrichten die nicht so positiv waren ähm aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen Hate gibt es überall denke ich mal und Trolle das ist halt so damit muss man leben oder halt nicht leben dazu kommen wir vielleicht später noch gebt nicht auf Leute genau da wollte ich euch motivieren weil ich halt wirklich im Grunde keine wirklichen Spiele ich hab glaube ich wirklich nur zwei Spiele geschickt bekommen von euch und das von tausend Abonnenten das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen das sind zwei Spiele von tausend Abonnenten mit äh Quest for Insight sind es drei Spiele gewesen ähm von tausend Abonnenten von über tausend Abonnenten mittlerweile ähm und ja es kam ziemlich wenig dann wollte ich euch ein bisschen motivieren dass ihr anfangt nochmal äh richtig Gas zu geben und nochmal euer Spiel fertig zu machen was ihr angefangen habt irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen aber es kam dann trotzdem wieder nichts genau und dann hab ich meine Tutorials aus dem neuen Wissen was ich gelernt habe durch die privaten Fragen die sich immer wiederholt haben etc hab ich meine Tutorials dann nochmal geremaked vor sieben Jahren und das ähm ja kam dann auch wieder nicht gut an weil die waren dann wieder angeblich zu lang und zu umfangreich da wurde dann bemängelt ach hier das kannst du doch auch viel schneller umsetzen und erklär doch nicht das ganze Menü und alle Buttons und wofür die gut sind und etc pp ja ihr denkt jetzt erklär doch nicht alles geh doch nicht auf jedes Detail ein und jemand anderes denkt sich ach Don warum bist du denn nicht darauf eingegangen ich verstehe das nicht ich verstehe nicht genau was das ist warum hast du das nicht näher erklärt und ich muss da irgendwo die Mitte finden ich hoffe ihr versteht das ist nicht leicht für mich ich muss irgendwo überlegen klar sind vielleicht 40 Minuten ziemlich hart das gebe ich auch offen zu die Apfel Quest genau dieselbe habe ich ja ganz am Anfang hier in ähm 9 Minuten 55 umgesetzt das ist mir durchaus bewusst dass das schneller geht ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen ich habe das ja schon schneller gemacht wisst ihr aber aber in der Geschwindigkeit haben das halt die Leute nicht richtig verstanden und das ist halt das Problem früher konnte man ja nicht mehr hochladen da ging ja nur hier maximal ähm 10 Minuten und 59 Sekunden hier habe ich 10 Minuten 56 9 ja ist auch egal und dann hier konnte man dann schon 15 Minuten hochladen genau und dann konnten irgendwann YouTube Partner konnten dann ähm längere Videos hochladen und irgendwann wurde das dann bei mir auch freigeschalten halt weil ich halt mehr oder weniger erfolgreich war und irgendwann wurde es dann für alle freigeschalten später war ich dann auch YouTube Partner ähm den Status habe ich aber leider verloren was heißt leider im Grunde ist das egal ob man YouTube Partner ist oder nicht weil die ähm Partnerfunktionen die man früher hatte sind heute die Funktionen die jeder hat zum großen Teil nicht alle Funktionen aber ihr versteht worauf ich hinaus will das ist dementsprechend YouTube hat sich sehr gewandelt früher war man ich bin eifersüchtig im Grunde auf die Partner weil die konnten ihre Vorschaubilder ändern die konnten also selbst eigene hochladen die konnten äh Videos in über 15 Minuten Länge hochladen die konnten alles mögliche machen und heutzutage kann das im Grunde jeder dementsprechend es ist nicht mehr so wichtig wie früher darauf will ich hinaus es spielt jetzt nicht mehr so die Rolle meine erste Zeichnung mit dem Grafiktablett genau genau dann habe ich gefragt ob ich ähm Photoshop Tutorials machen soll die haben sich ja dann leicht verzögert ähm aber ich habe sie dann hochgeladen tatsächlich vor vier Monaten und das war sieben Jahre her ja es hat sich halt um sieben Jahre verzögert ihr müsst das aber auch ein bisschen verstehen das kommt dazu kommen wir aber dann später so dann hatte ich genau hier hatte ich ähm der neue RPG Maker VXA Tutorials werden folgen da hatte ich dann versprochen dass Tutorials kommen werden und es kam nur ein einziges und das ist das hier RPG Maker VXA Tutorial XP Grafiken verwenden oder so ja genau XP Grafiken verwenden das war mein einziges VXA Tutorial aber ich habe eins gemacht also das Versprechen habe ich eingehalten mehr oder weniger ja mehr oder weniger wie gesagt das Problem war einfach dass ich vom VXA sehr enttäuscht war erst dachte ich ja gut eigentlich ist der gar nicht so schlecht aber so wirklich gezündet hat das nicht und ich bin dann auch beim XP geblieben wie ihr seht habe ich dann angefangen mit Scripting Tutorials weil sich das viele gewünscht hatten was wieder ein Fehler war auf eure Wünsche zu sehr zu hören weil von 2000 Aufrufen beim ersten Video sind hier zwischendurch nur noch 220 Aufrufe 160 Aufrufe und das war nicht Day One so Day One waren hier vielleicht dann keine Ahnung 50, 20 Aufrufe wenn ihr versteht was ich meine und das ist halt ziemlich ärgerlich gewesen für mich damals weil mit über 1000 Abonnenten wenn das erste Video von 1000 Leuten geguckt wird und hier zwischendurch irgendwelche Videos nur noch von keine Ahnung 50 Leuten dann hat man irgendwie das Gefühl dass man irgendwas falsch macht ich glaube ihr versteht worauf ich hinaus will dass man irgendwie man hat nicht das Gefühl das Richtige zu tun und deswegen habe ich dann damit auch aufgehört ich habe mir einfach zu viele Gedanken gemacht früher sagen wir es mal einfach so wie es ist heutzutage mache ich mir weniger Gedanken heutzutage mache ich auch hier mit den 50 Aufrufen von Flappy Bird im RPG Maker MV weiter das interessiert mich relativ wenig warum warum sollte mich das auch interessieren was euch interessiert ich mache einfach mein Ding und das ist auch besser so es war dumm zu sehr zu überlegen was wollt ihr eigentlich weil ich kann am Ende eh nicht alle Wünsche erfüllen ich kann nicht dafür sorgen dass 1000 Menschen das Interesse an Scripting Videos haben das geht einfach nicht 1000 Menschen werden nicht skripten wollen nicht in nicht in meinem Kanal das das wird nicht passieren und andere interessieren sich halt dafür die die sich nicht für Skripten interessieren halt für andere Sachen und ich muss einfach statt mich auf eine Sache zu konzentrieren wie zum Beispiel das Skripten was ich dann sehr lange gemacht habe wie ihr seht habe ich dann 18 Videos am Stück oder 19 Videos am Stück ja 19 Videos am Stück hochgeladen ohne was anderes hochzuladen aber dann habe ich halt wie gesagt gemerkt wie die Aufrufszahlen immer weiter runter gingen mittlerweile sehen die schon wieder ein bisschen besser aus aber das spielt auch gar keine Rolle wie gesagt mit der Zeit kamen dann halt auch die Aufrufe aber ähm dasselbe ist ja jetzt auch vor 4 Monaten der Fall hier 478 Aufrufe wo kommen 478 Aufrufe her beim RPG Maker MV Tutorial 0.1 unsere erste Map wo kommen die denn her oder auch Where in the World ist DonF 204 200 Aufrufe wo kommen die her ich dachte vielleicht das werden 20 Aufrufe oder 10 mit viel mehr habe ich gar nicht gerechnet ich dachte wirklich nicht dass das jemand gucken wird aber so ist es so ist es mit der Zeit kommen die Aufrufe und wie gesagt dass man sich eher mehr breit fächert und vielleicht sind das hier die 50 Leute die sich sagen hey das ist cool das gucke ich mir an und 50 andere Leute denken sich oh cool geil Photoshop Tutorial jetzt gucke ich mir doch an aber warum muss ich denn dafür sorgen dass beide Fraktionen zusammen ein Video gucken damit ich 100 Klicks bekomme warum warum muss ich das machen das ist doch bescheuert dieser Gedanke der Gedanke immer höhere Aufrufzahlen erreichen zu wollen das ist doch das ist nicht wirklich sinnvoll weil man sich dann auch selbst irgendwie unter Druck setzt wenn man irgendwo sieht oh nein die Aufrufzahlen brechen ein man setzt sich unter Druck man man oder wenn man halt negative Kommentare bekommt oder oder man bekommt ähm man bekommt hier negative private Nachrichten etc. pp man 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 setzt sich zu sehr unter Druck dadurch und das ist nicht gut das sollte man nicht machen genau und dann habe ich auch eine Pause eingelegt gehabt nach den Scripting Tutorials hatte ich dann eine etwas längere Pause glaube ich ein Jahr oder so oder die Pause kam später spielt ja auch gar keine Rolle da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher müsste ich jetzt noch mal in die Videos reingucken auf jeden Fall habe ich hier dann auch die restlichen Videos dann auch privat also die die zwischen den beiden habe ich auf privat gestellt ähm ja das war dann im Grunde da hatte ich dann ein Jahr Pause gemacht wie gesagt hier irgendwo ich weiß nicht mehr genau wo aber der Grund war hauptsächlich eigentlich auch unter anderem weil weil ich einfach nicht mehr genau wusste was soll ich tun ich hatte immer das Gefühl dass dass ich alles falsch mache dass ich irgendwie nichts mache womit ich ähm wirklich euch zufriedenstellen kann weil viele haben sich gefühlt haben sich alle in meinen privaten Nachrichten oder in den Kommentaren ganz oft ähm gewünscht dass ich Scripting Tutorials mache und am Ende haben das relativ wenig Leute gesehen also vergleichsweise wenn man als andere Videos anguckt wie zum Beispiel hier ähm Apfelquest mit 1800 Aufrufen und hier ähm Blumenquest 1200 Aufrufe ihr seht das ist dann eine Questreihe die hat immer 1000 Aufrufe gehabt und beim RBG Maker ähm Scripting Grundlagen da war nur das erste Video mit 1000 und danach ging es halt steil nach unten und da hat man sich halt Fragen gestellt und dann habe ich halt wie gesagt eine kleine Pause eingelegt dann kam ich halt wieder das kann ich auch nochmal kurz zeigen da sind dann ein paar private Videos wie gesagt genau warum Facebook etc dann habe ich ähm halt noch andere Sachen angefangen ein kleines Projekt angefangen mit euch zusammen zu machen aber das habe ich dann auch abgebrochen ähm mit meinem ganzen Kanal dann zusammen für die nächsten 5 Jahre 5 Jahre waren es dann die dazwischenlagen genau ja ja hier sieht man dann auch die Pause genau ah ja hier das Photoshop was ich nie hochgeladen habe also ich Entschuldigung nie freigestellt äh 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 hier nie veröffentlicht habe genau vor 7 Jahren und dann kam hier die längere Pause genau circa ein Jahr vielleicht auch anderthalb Jahre und dann ging es dann hier weiter vor 5 Jahren genau und vor 6 Jahren hätte ich dann das Apfelding hochgeladen das kam wahrscheinlich kurz danach aber das habe ich dann nie freigegeben genau und dann kam die Sache hier mit Facebook hier von den Toten wieder auferstanden und da habe ich dann erzählt quasi dass ich eine Facebook Page aufgemacht habe um meine Community wieder ein bisschen zu sammeln und das Ganze dann ein bisschen in geordnete Bahn zu lenken aber das kam überhaupt nicht gut an und ich musste mich dann rechtfertigen mehr oder weniger warum will ich Facebook weil viele haben gesagt oh Facebook ist tot oder was weiß ich was da für Kommentare kam spielt auch keine Rolle die existieren nicht mehr die Kommentare nachdem ich meine Videos auf Privat gestellt habe wurden auch die Kommentare gelöscht und ihr könnt das sowieso nicht sehen ähm genau wo war ich stehen geblieben ja dann kam äh 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 ähm ja genau dann habe ich mich rechtfertigen müssen warum Facebook und Facebook ist sowieso tot das ist auf dem absteigenden Ast das wurde vor fünf Jahren gesagt fünf Jahre später hm lass mal die ganze Sache mal ein bisschen Revue passieren wo ist Facebook heute immer noch existent und eigentlich immer noch halbwegs gute Nutzerzahlen würde ich mal behaupten wo ist zum Beispiel Google Plus Google Plus lass mich mal überlegen wurde abgeschafft komisch weil es keiner genutzt hat und das sind solche Probleme die ähm wo ich mir dann denke warum muss ich mich dafür rechtfertigen dass ich mich für Facebook entscheide und nicht für irgendeine andere Internetseite warum könnt ihr nicht einfach über euren eigenen Schatten springen und vielleicht auch mal darüber nachdenken dass das entweder es vollkommen egal ist für euch ihr euch nicht bei Facebook anmelden wollt was ihr auch nicht müsst und nicht Teil meiner Gruppe sein wollt meiner Facebook Gruppe die heute noch existiert fünf Jahre später und ich bin sehr froh darüber dass dort auch einige Leute noch was posten etc liebe Grüße an meine ganze Facebook Gruppe ich mag euch sehr nein Quatsch aber irgendwie schon doch ist cool auch wenn nur wenig gepostet wird ihr könnt ruhig ein bisschen mehr posten ich lese mir das auch durch auch wenn ich nicht immer antworte aber ich lese mir das oder eigentlich so gut wie nie antworte aber ich ich lese mir das auch durch alles ich gucke mir das an manchmal gucke ich auch ob jemand anderes geantwortet hat und wenn das der Fall ist brauche ich ja selber nicht mehr wirklich antworten falls ein Problem aufgetaucht ist genau aber das hat mich dann so dermaßen ähm dann ein bisschen verärgert irgendwie alles das da kam dann auch ein Kommentar das hieß dann ähm sinngemäß dass ich halt Werbung für Facebook mache etc wo ich mir dann dachte nein mache ich nicht das ist keine Werbung für Facebook ich will einfach nur meine Community auf einer Internetseite sammeln wo man Gruppen erstellen kann und das ging auf YouTube halt nicht man kann auf YouTube keine Gruppe erstellen wo jeder seine Videos reinposten kann oder seine Probleme reinposten kann etc das geht halt einfach nicht ich kann da ja nichts dafür das ist ja nicht wenn das gehen würde das ging ja früher das habe ich ja auch in dem Video so erklärt früher ging das ja da hatte ich ja eine YouTube Gruppe mit was weiß ich wie vielen Mitgliedern und da haben alle fröhlich ihre eigenen äh Videos gepostet Spiele Trailer eigene Tutorials etc pp darum ging es mir einfach nur damit ich irgendwo eine Anlaufstelle habe wo ich ein bisschen noch mehr Kontakt zu euch habe und am Ende werde ich quasi als böse hingestellt mehr oder weniger der Werbung für Facebook macht und das hat mich dann irgendwie ein bisschen genervt und angefressen jemand der sich hinsetzt also in dem Fall ich ähm der Tutorials macht für euch und dafür im Grunde gar nichts verlangt von euch ich ich verlange ja nichts ich ja und dann habe ich dann einfach keinen Bock mehr gehabt das ist ist einfach so und wie gesagt ich hatte dann auch private Probleme ich wollte nicht noch zusätzlich den ähm ähm YouTube Stress wenn ich mich auch noch für dafür irgendwas rechtfertigen muss dann läuft irgendwas falsch das ist einfach so wenn ich mich quasi für eine Entscheidung rechtfertigen muss und heutzutage denke ich da anders drüber das ist alles klar aber in der Situation das war einfach nicht schön für mich fand ich persönlich und es kam halt auch noch viel anderes dazu wie zum Beispiel wie gesagt die Visualist die nicht richtig funktioniert hatte wo dann ähm wo dann ähm das Video was ich gemacht habe wo ich mich Stunden über Stunden ähm darauf vorbereitet hatte genau das Kontern dass das nicht geklappt hatte ähm und nicht so gut ankam oder halt auch das mit dem Scripting Tutorial dass das nicht so gut ankam das ist halt alles nicht so einfach gewesen für mich oder hier bei den ähm neu erstellten Tutorials hieß es dann die sind so lang etc man hat immer das Gefühl alles falsch zu machen dann entscheidet man sich für Facebook auch wieder falsch aber hätte ich mich zum Beispiel für Google Plus entschieden wäre meine Gruppe heute tot insofern man bei Google Plus überhaupt Gruppen machen kann ich weiß das nicht mal weil ich da nie online bin beziehungsweise gewesen bin es es ist halt absolut absurd gewesen das Ganze mich quasi als jemand hinzustellen ja das waren nur Einzelne aber diese Einzelne das prägt sich irgendwie ein ich weiß nicht ob ihr das versteht und wie gesagt das war auch die Situation ich war auch gestresst durch private Probleme etc und dann dachte ich mir einfach ach lass mal es sein wir werfen das Handtuch wir schmeißen hin wir tun was ich schmeiße hin ihr habt die Tutorials noch die könnt ihr angucken aber ich bin weg ja und dann war ich halt weg fünf Jahre lang und dann kam wer in the world ist DonF204 und das ist der absolute Wahnsinn gewesen das war der absolute Wahnsinn das war der nächste Mindblow für mich der absolute Mindblow ähm wo kann man das sehen ja hier genau hier unter den Hashtag DonF204 hier wer in the world ist DonF204 absoluter Wahnsinn also ich muss wirklich sagen im Grunde wurde ich auf Instagram im Grunde darum gebeten wieder zu kommen nach fünf Jahren nach fünf Jahren ich dachte nicht dass überhaupt noch jemand an mich denkt nach fünf Jahren das war so absurd das kann man nicht erklären das ist das ist wieder wie dass man plötzlich in irgendeiner Wiki drin steht einfach so ohne Grund stellt euch vor ihr surft im Internet ganz normal auf Instagram Facebook auf eurem Social Media Kanal eurer Wahl und plötzlich ist da quasi eine Aufforderung dass ihr wieder anfangt auf YouTube Videos zu machen und das nach fünf Jahren das ich ne das kann man sich einfach nicht vorstellen das ist immer noch unbegreiflich für mich das ja Evermore Secrets ähm vielleicht kannst du es mir erklären ich ich für mich ist das immer noch unbegreiflich aber genauso könnte man auch sagen hier DonF aber du machst doch mit Nefertari genau dasselbe nach ähm jetzt hier zwei drei Jahren versuchst du sie auch irgendwie naja gut ich versuche nicht sie dazu zu bringen neue Videos zu machen das ist halt Blödsinn das wird auch nicht passieren denke ich mal ähm aber ich würde mich freuen wenn mal vielleicht ein neues Video kommt vielleicht sogar ein Tutorial aber weiß ich nicht irgendwie ein Lebenszeichen das wäre schon cool es gab ja ein Lebenszeichen sie hat ja hier auch das Video kommentiert hier das hier werden sie wollt ist DonF204 sie hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht ähm warum sie aufgehört hat mehr oder weniger ähm vielen Dank für die Erwähnung und Verlinkung meines Kanals in deinem Video ja du hast recht bei mir sind es ähnliche Gründe warum keine Videos mehr gekommen sind ich wollte auch keine leeren Versprechungen abgeben naja gut davon habe ich genug abgegeben das muss ich ehrlich zugeben aber ich habe viele eingehalten Photoshop Tutorial zum Beispiel sieben Jahre später ähm ok weiter im Text die ich dann doch nicht einhalten kann die Produktion eines Videos verschlingt doch einiges an Zeit zumindest wenn man Qualität abliefern will was ich nie getan habe und trotzdem hat es Zeit verschlungen ohne Ende also ich verstehe dich Nefertari ich verstehe dich wirklich I feel with you ähm aber Zeit ist genau das was mir fehlt ich persönlich würde mich sehr über neue Tutorials deinerseits freuen ja ich hoffe du guckst meine Tutorials und ich hoffe du guckst dieses Video hier hallo Nefertari ähm ja außerdem habe ich habe ich einen Fehler gemacht ich habe Nefertari ohne R geschrieben ähm das ist ein bisschen peinlich hier bei das ist da habe ich mich ein bisschen vertippt das ist mir ähm dann aufgefallen hier Nefertari statt Nefertari ach ich bin so ein Idiot das tut richtig weh kann man das eigentlich bearbeiten ah tatsächlich ich kann es bearbeiten cool oder auch nicht geht das überhaupt ah vielleicht muss ich es mal mit dem Chrome Browser probieren YouTube funktioniert ja immer beim Edge nicht so ganz das ist ein bisschen ärgerlich aber ist nicht schlimm ähm übrigens hat Nefertari wieder zwei Abonnenten verloren Leute nicht deabonnieren abonnieren aber es werden sicherlich irgendwelche Aboleichen sein Kanäle die gelöscht wurden von YouTube selber aus irgendwelchen Gründen denke ich mal spielt auch keine Rolle so zurück zurück zum Text wie gesagt hier alleine das hier ihr seht es ja das wäre vielleicht am Ende eine halbe Stunde Tutorial und das sind drei Stunden die ich da aufgenommen habe gut ich habe zwischendurch was anderes erzählt etc aber man muss sich auch Gedanken machen ich habe mir auch im Vorfeld zu den äh also bevor ich die Streams gemacht habe habe ich mir auch Gedanken gemacht ich musste erstmal auf die Idee kommen ich musste mir kurz grob überlegen wie ich es grob machen möchte also grob darüber nachdenken man kann ja nicht einfach sich hinsetzen und los machen das geht ja nicht ähm man muss sich ja grobe Gedanken machen also kann man auch im Grunde schon noch ein bis zwei Stunden Vorbereitungszeit noch zusätzlich obendrauf zu den drei Stunden rechnen ähm dann ziehen wir mal eine Stunde ab dummes Quatsche von mir ähm sind wir bei vier Stunden die wir jetzt schon haben dann das Video aufnehmen eine halbe Stunde logische Konsequenz das muss ja gemacht werden irgendjemand muss es ja aufnehmen ich zum Beispiel dann mache ich vielleicht einen Fehler im Video warum auch immer ähm und ich muss es nochmal aufnehmen nochmal eine halbe Stunde dann sind wir schon bei fünf Stunden insgesamt alleine reine Arbeitszeit für ein Tutorial fünf Stunden das klingt jetzt vielleicht auf dem Papier nicht so viel aber versucht euch mal fünf Stunden hinzusetzen und das mehrmals die Woche weil die Menschen geben sich nicht mit einem Tutorial die Woche zufrieden mehrmals die Woche fünf Stunden oder zehn Stunden hinzusetzen um ein Tutorial zu machen das ist einfach immens viel was da verlangt wird von einem das seht ihr nicht so aber hinter so einem Video auch wenn das nur 15 Minuten lang ist wie hier da steckt so viel Zeit dahinter im Hintergrund dann das Video muss ähm Probe gesichtet werden also ich muss mir das nochmal angucken da kommt nochmal bei einem halbe Stunde Video nochmal eine halbe Stunde oben drauf ich muss es mir ja angucken bevor ich es hochlade manchmal lade ich es auch erst hoch und gucke es mir dann auf YouTube an das führte aber dann dazu dass ich manche Videos dann löschen musste und nochmal neu hochladen musste das Hochladen das ähm Kommentare lesen das kommt alles noch dazu das muss gemacht werden private Nachrichten habe ich früher bekommen geht ja auf YouTube glaube ich gar nicht mehr ich weiß es nicht ähm spielt auch gar keine Rolle also ich habe die Funktion zumindest nicht gefunden ob sie noch gibt weiß ich nicht ähm ja private Nachrichten ähm gibt es musste man beantworten etc Kommentare lesen beantworten das war so unglaublich viel Arbeit dann Recherchearbeit musste man auch noch teilweise betreiben weil manche Sachen waren nicht einfach so gelöst wie zum Beispiel halt das mit dem Kontern wie gesagt da habe ich ungefähr 10 Stunden Vorbereitung gehabt locker flockig und dann lädt man das Video hoch und hat nochmal Zeit mit Kommentare lesen und beantworten das unglaublich viel Zeit was das frisst und wenn dann die Leute kommen und man im Grunde nur Hate erntet oder das Gefühl hat im Grunde nur Hate zu ernten es ist ja nicht wirklich so man hat aber manchmal das Gefühl es wäre so vor allem wenn man auch noch private Probleme hat so wie ich hatte ähm dann 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 denkt man sich warum muss ich mir den Stress zweimal geben einmal privat und einmal auf YouTube warum und das war halt der Hauptgrund warum ich aufgehört habe halt die eigentlich mehr oder weniger die privaten Probleme wenn ich die nicht gehabt hätte hätte ich weitergemacht ähm denke ich mal aber das musste halt alles geklärt werden und dann vor ein paar Jahren tatsächlich habe ich dann vor drei Jahren oder so das ist kurz bevor Nefertari aufgehört hat habe ich Nefertari entdeckt erstaunlich das ist richtig traurig eigentlich es tut mir leid Nefertari okay es tut mir leid es tut mir leid ich hoffe du kannst mir verzeihen so ähm und da habe ich ähm mir Gedanken gemacht ob ich nochmal wiederkomme auf YouTube tatsächlich und habe dann Nefertari entdeckt mir den YouTube Kanal angeguckt und habe mir gedacht ey der ist so gut das ist das ist noch besser als alles was ich bis jetzt abgeliefert habe auch wenn viele Ideen kopiert wurden aber das ist nicht schlimm das das will ich jetzt auch nicht bemängeln das ist eine tolle Sache was sie gemacht hat hier sehr schöne Videos viele 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 Videos ich glaube ähm das sind 108 jetzt habe ich es nochmal nämlich nachgeguckt ne Fertari Tutorials nämlich das steht hier ja 108 Videos da steht es vielleicht auch schon welche auf Privat aber das spielt keine Rolle und ich bin wirklich wirklich begeistert gewesen von den Tutorials ich habe mir da viele angeguckt aber mit einem anderen Profil aber das spielt keine Rolle und war dann auch tatsächlich traurig dass sie kurz darauf aufgehört hat dachte aber vielleicht macht sie auch nur eine Pause zumal ja dann später dann auch nochmal was kam Picture Pointer Patch aber dann kam nie wieder was da war ich wirklich ein bisschen traurig ähm weil ich hatte wirklich insgeheim gedacht ach ihr braucht mich nicht mehr irgendwie habe ich mich erleichtert gefühlt weil ich ich wusste ja dass Alias aufgehört hat Alias hat sie ja auch drinne ich wusste dass Alias auch aufgehört hat er hier hier sein letztes Video vor 6 Jahren also noch vor mir aufgehört mehr oder weniger also ich habe eigentlich vor 7 Jahren halb aufgehört gehabt also hat er kurz nach mir eigentlich aufgehört ich habe wie gesagt so halb aufgehört ähm mehr oder weniger hatte dann keinen Elan mehr so richtig und wollte mich dann mehr um meine privaten Sachen kümmern ich hoffe ihr versteht das ein bisschen wie gesagt man kann sich da nicht einfach 10 Stunden hinsetzen und da Tutorials machen ohne Ende und das mehrfach die Woche am besten noch ja das ist halt alles nicht so einfach ähm wie gesagt na gut 10 Stunden ist auch total übertrieben aber ich nicht alles braucht 10 Stunden aber man kann trotzdem schon mit mit auf jeden Fall so bis zu 5 Stunden für so ein Tutorial das kann man schon einplanen und das geht einfach nicht immer ähm genau wo war ich stehen geblieben ja oh ich nehme wahrscheinlich schon 30 Stunden lang auf wo steht das hier oh ich habe keine Ahnung ah doch da oh eine Stunde schon oh mein Gott es tut mir so leid es tut mir ja so leid oh mein Gott ähm wie gesagt ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben ähm ja was ihr so ähm ja aber erstmal mal ich zu Ende Entschuldigung ich habe es gar nicht zu Ende gemacht mein Video ich war dann hier bei WernseVolt ist DonF204 habe ich aufgehört ähm Entschuldigung es geht ja noch ein bisschen weiter Entschuldigung es geht noch ein bisschen weiter meine Kanalgeschichte ich habe auch ein bisschen was übersprungen zwischendurch aber sonst würden wir nicht fertig werden noch ein bisschen was vielleicht kurz ähm nur angerissen ähm genau dann habe ich Mapping Tutorials hochgeladen drei Stück und ich hoffe das war richtig lieber Herr Secret Evermore 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 Secret Evermore Secret ähm ich hoffe das war richtig wenn nicht mache ich noch neue ähm Mapping Tutorials oder wir machen das mal live zusammen zu zweit und ähm keine Ahnung ein halbes Dutzend anderer Zuschauer aber das spielt keine Rolle dann bist halt nur du mal wichtig ähm weil dann können wir auch live miteinander reden mehr oder weniger also du schreibst ich rede ähm und dann kann ich dir auch vielleicht Fragen beantworten den RPG Maker deiner Wahl mal in die Hand nehmen ich habe ja auch alle auf Steam und dann können wir uns das mal gemeinsam angucken wenn du das möchtest wenn die Mapping Tutorials hier nicht erreicht haben oder du schickst mir ein paar Maps zu und ich gucke mal was du verbessern kannst vielleicht lernst du dann daraus irgendwie irgendwie finden wir schon einen Weg gut das haben wir gemacht dann haben wir das 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 genau dann habe ich hier ähm ein Sprunzrohrers Let's Play gemacht und Flaske Let's Play und ich werde auch noch weitere Let's Plays machen definitiv ähm und das habe ich mir auch vorgenommen genau dann habe ich mein Photoshop Tutorial angefangen aber das fand ich scheiße das gebe ich auf und zu das werde ich auch nochmal neu machen wahrscheinlich also nochmal von vorne das fand ich nicht so toll aber ich lasse es erstmal oben im Gegensatz zu dem Apfel Photoshop Tutorial was ihr hier irgendwo ah ne das ist ja auf privat das seht ihr ja gerade nicht ähm genau was ich dann auf privat gelassen habe gar nicht erst ähm freigegeben habe und dann kam es ähm mehr oder weniger zu ein paar persönlichen Problemen mal wieder von mir ähm und ich habe dann nur hier ein bisschen was zu PewDiePie hochgeladen und ich war dann ein bisschen deprimiert wegen den persönlichen Sachen und ich wollte die wieder in Ordnung bringen mehr oder weniger und wollte mir dann noch einen neuen Computer kaufen beziehungsweise die ähm einzuteilen und ihn dann selbst zusammenbauen und ähm dann erstmal alles einrichten und so und das hat jetzt alles insgesamt also die persönlichen Probleme und neuen Computer etc. pp das hat jetzt alles ein paar Monate gedauert ehe das alles ähm in die Wege geleitet wurde ich hätte ein Video machen können wo ich euch das erkläre vielleicht das wäre vielleicht besser gewesen werde ich in Zukunft drüber nachdenken okay dass ich das irgendwie vielleicht versuche euch irgendwie im Vorfeld zu erklären falls so eine Pause nochmal kommt das Problem ist halt einfach gerade wenn man persönliche Probleme hat und irgendwie ein bisschen deprimiert ist dass man dann auch nicht den Elan hat dann so ein Video zu machen irgendwie nicht wirklich und dann ist das so gezwungen mehr oder weniger ja wie dieses bitte abonniert PewDiePie Video das war mehr oder weniger auch nur gezwungen weil ich das halt unbedingt machen wollte ja gut und jetzt habe ich angefangen mit Livestreams mein erster Livestream tatsächlich nach 10 Jahren mehr oder weniger das ist echt absurd das ist so cool wie sich mein Kanal entwickelt hat ich hoffe ihr habt einen kurzen Einblick wie sich mein Kanal entwickelt hat die letzten 10 Jahre er wurde tatsächlich auch vor 10 Jahren ungefähr aufgemacht hier am 7.5.2009 also circa zwei Monate vorher und dann habe ich schon zwei Monate später angefangen mit AppleG Maker Tutorials ich habe insgesamt fast eine halbe Million Aufrufe wobei ich nicht weiß weil in meiner Statistik in YouTube Studio Beta steht schon viel mehr Aufrufe ich glaube hier werden die gelöschten Videos nicht mitgezählt und bei meiner bei den Analyse Tools von YouTube Studio werden glaube ich auch die gelöschten Videos mitgezählt also eigentlich hätte ich glaube ich schon eine halbe Million aber jetzt zählen nur das hier also die halbe Million Aufrufe haben wir fast zusammen nach 10 Jahren das ist eigentlich schon ziemlich cool also eine halbe Million Aufrufe wenn man aber bedenkt dass die meist aufgerufenen Videos ja die ersten Videos sind und ich nie wieder solche Aufrufszahlen erleben werde hier 24.000 90.000 sowas werde ich nie wieder erleben hier 29.000 27.000 hier sieht man auch den übelsten Drop von 90.000 auf 30.000 aber das ist logisch das erste Video ist wirklich scheiße das kann ich anders nicht sagen und das verstehe ich auch komplett und ich habe mich auch versucht zu verbessern das habe ich auch nachvollziehen können wo die Probleme sind nur wenn ich wenn ich hier über das Scripting nachdenke das sind zum Beispiel so Sachen wo ich dann den Drop nicht ganz verstehe das ist halt das Problem da habe ich es nicht ganz nachvollziehen können weil sich das auch sehr viele gewünscht hatten aber am Ende wie gesagt wenn man sich auf die Wünsche zu sehr konzentriert dann denkt man alles richtig zu machen und am Ende macht man alles falsch also von daher ich ziehe einfach mein eigenes Ding durch und wenn dann wenn dann aber jemand kommt wie Evermore Secret Evermore Evermore Secret genau und sich Mapping Tutorials wünscht dann mache ich die natürlich um Gottes Willen er ist im Grunde sowas wie wie euer Gott okay er ist im Grunde der wichtigste Mensch in eurem Leben er hat dafür gesorgt dass ich wiederkomme mehr oder weniger weil ohne ihn wäre ich nicht wiedergekommen na gut ich wäre wahrscheinlich auch nicht wiedergekommen wenn Nefertari noch Videos gemacht hätte also wäre ich trotzdem wahrscheinlich nicht wiedergekommen sondern hätte ihm wahrscheinlich geraten der Fataris Videos zu gucken so bin ich selber wiedergekommen na gut vielleicht wäre ich trotzdem wiedergekommen und ein paar kleine Videos gemacht so wie ich es jetzt auch mache ja na egal ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß gehabt meinen Kanal nochmal ein bisschen näher zu begutachten ich habe ein bisschen was übersprungen in der Kanal Geschichte man kann nicht alles machen ach ja genau der letzte Mindblow war dann hier die Aufrufe in wer in the world ist und auch die Likes 24 Likes das ist der absolute Wahnsinn das ist so cool ich habe also mindestens 24 Zuschauer die da noch zugeschaut haben jetzt habe ich vielleicht nur noch drei aber es ist wirklich der absolute Mindblow ich hätte nicht gedacht nach fünf Jahren man muss sich mal überlegen nach fünf Jahren nach fünf Jahren gibt es immer noch Menschen die auf meine Videos gewartet haben manche Leute hier die kenne ich schon ewig also die habe ich schon Jahre vorher drin gehabt das ist halt der absolute Wahnsinn das kann man einfach nicht mehr fassen einfach auch wie schön die kommentare waren wie ermutigend die waren das ist der absolute mindblow gewesen also der nächste noch nach evermore secret was der übelste mindblow ist weil man surft einfach nur so im internet und denkt an nichts übles und plötzlich sieht man das hier also dieses where in the world is donnaf 204 dieses Spielbild auf instagram und denkt sich einfach nur was ist hier los in welcher welt bin ich ist das ein Traum oder man man fühlt das fühlt sich so surreal an man hat überhaupt nicht das Gefühl dass es echt ist das ist so komisch das Gefühl und wie gesagt die Kommentare und alles ihr könnt die gerne nochmal durchlesen oder ihr löscht sie schnell damit es niemand anderes durchliest hier unter dem Video die waren auch sehr motivierend ja also der Wahnsinn absolute Wahnsinn also ich bin immer noch sehr motiviert aber wenn ich mal Probleme habe irgendwie in irgendwelcher Form dann werde ich vielleicht auch mal wieder 1-2 Monate Pause einlegen ich hoffe ihr kommt damit klar aber anders geht es halt einfach nicht weil ich kann nicht alles gleichzeitig machen das ist einfach viel Aufwand so ein Video zu produzieren ich könnte dann vielleicht irgendwie aber das wäre dann vielleicht auch gezwungen wie ich schon gesagt habe irgendwie so ein Blabla Video machen wo ich dann vielleicht grob erkläre was los ist mehr oder weniger naja wir werden sehen was die Zukunft bringt die nächsten zehn Jahre werden bestimmt grandios ich hoffe zumindest und Nefatari ich verstehe wenn du nicht wiederkommst also ich wenn es einer versteht dann ich ich habe sehr grob beschrieben was die Probleme sind halt fehlende Zeit private Probleme vielleicht noch obendrauf dann vielleicht noch irgendwelche Hater die einem nur nerven irgendwelche Sachen in die man sich vielleicht reinsteigert wie zum Beispiel fehlende Aufrufszahlen etc gut das wird bei dir nicht der Fall gewesen sein denke ich mal aber das sind halt so Sachen wenn ich bedenke hier das habe ich vor vier Monaten hochgeladen und ich habe im Grunde gefühlt nur noch tote Accounts Abonnenten und das hat mehr Aufrufe teilweise mehr als doppelt so viel wie hier so ein Scripting Grundlagen Video hier mit 217 Aufrufen und das hatte nicht nach vier Monaten 217 Aufrufe wenn ihr versteht was ich meine das ist der absolute Wahnsinn ich weiß nicht woher die Menschen kommen woher woher kommen die was sind das für Menschen wo kommen die her aber es ist genial einfach genial und ich finde es cool aber es geht nicht um Aufrufszahlen aber ich finde es trotzdem cool es ist irgendwie ein sehr interessantes Gefühl einfach zu sehen man kann das auch nicht beschreiben es ist irgendwie sehr surreal das Gefühl zu sehen hey da draußen sind Leute die gucken dich vielleicht schon seit zehn Jahren also deine Videos also der eine das weiß ich aber ich weiß nicht wo das Kommentar ist ich glaube unter Sprunz Wars ich bin mir jetzt nicht sicher aber da ist wirklich jemand der hatte mich vor zehn Jahren abonniert also am Anfang also vor fast zehn Jahren vielleicht sind es neun halb Jahre oder neun und dreiviertel Jahr oder so aber der ist schon über neun Jahre einer meiner Abonnenten das war einer der ersten 100 oder so oder der ersten 50 Abonnenten vielleicht sogar auf jeden Fall einer der ersten und der hat jetzt zehn Jahre später im Grunde oder neun Jahre später hat er einen Kommentar geschrieben unter einem meiner Videos und da denkst du dir einfach nur oh mein Gott das kann man nicht beschreiben das ist unglaublich ja Nefertari kann mich hoffentlich ein bisschen verstehen weil ich sie versteht glaube ich ein bisschen worauf ich hinaus will dass das der absolute Mindblow ist vielleicht ein bisschen ich weiß heutzutage sind 1600 Abonnenten ich hatte mal mehr sind ja viele schon weggefallen das selbe Problem hat ja Nefertari sie hat auch jetzt in den letzten vier Monaten 30 Abonnenten einfach so verloren einfach so ohne irgendwelche Gründe das geht so schnell es ist ja auch nicht schlimm ist ja auch klar sie lädt ja keine Videos mehr hoch habe ich ja auch nicht gemacht ist ja logisch dass dann einfach mal ein zwei 100 Abonnenten einfach weg sind das ist einfach selbstverständlich ist ja auch nicht schlimm ist ja auch nicht schlimm Abonnentenzahlen sind mir eigentlich nicht mehr wichtig also über den darüber bin ich eigentlich hinweg und auch Aufrufzahlen sind nicht so wichtig sonst hätte ich ja hier nach dem Video schon aufhören müssen mit 36 Aufrufen ich habe nichts gerechnet oder hier hier Flask 80 Aufrufe Mensch hier welches Video hatte 80 Aufrufe welches alte Video gar keins nicht eins da denke ich gar nicht mehr drüber nach ich mache trotzdem einfach mein Ding 36 Aufrufe da wäre ich früher wahrscheinlich nicht mehr aufgestanden für gefühlt jetzt übertrieben dargestellt aber ich habe ja auch mal mit nur null Abonnenten angefangen vor 10 Jahren da muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen vor 10 Jahren hatte ich null Abonnenten und habe trotzdem Videos gemacht das hat mich ein Scheißdreck interessiert warum hat es mich dann vor 7 Jahren interessiert warum das ist eine gute Frage das ist eine gute man hat sich einfach eingesteigert irgendwann irgendwann wollte man alle zufrieden stellen und hat am Ende keinen einzigen zufriedengestellt und das ist denke ich mal das Hauptproblem dass man sich zu sehr reinsteigert in die Sache vielleicht oder ich mich reingesteigert habe das macht nicht jeder aber ich habe es halt gemacht vielleicht egal das war einer der Gründe wie gesagt und dann halt auch die privaten Probleme etc ihr habt es mittlerweile verstanden ja das waren meine letzten 10 Jahre und jetzt geht es weiter mit Streaming und auch normale Videos wie dieses hier mehr oder weniger so normal ist das auch nicht und es tut mir leid dass ich so lange rede es tut mir einfach leid es tut mir so unglaublich leid ich hoffe ihr habt es nicht zu Ende angeguckt falls ja falls doch schreibt mal irgendein Wort als Beweis Fischschnitzel schreibt einfach Fischschnitzel in die Kommentare dann weiß ich ihr habt das Video zu Ende angeguckt jeder der Fischschnitzel schreibt hat das Video zu Ende angeguckt das wird kein normaler Mensch schreiben ok Spaß beiseite ich wünsche euch noch viel Spaß und schreibt mal in die Kommentare wie ihr zum RPG Maker gekommen seid ich zum Beispiel über die Bravo Screen fand durch einen Kumpel und was ihr so wann ihr mich vielleicht entdeckt habt vor wie vielen Jahren und ja warum ihr eigentlich angefangen habt mit RPG Maker warum ihr meine Videos geguckt habt etc was ihr über meinen Kanal gedacht habt einfach so kann auch Negatives sein Mensch da stehe ich heute drüber das ist kein Thema aus dem weiß ich dass ich viel Scheiße produziert habe wenn man es wie gesagt ich sag das so offen wie es ist ähm ja schreibt einfach mal das fände ich cool also was ihr so ja erlebt habt mit meinem Kanal oder auch mit dem RPG Maker im Allgemeinen würde mich sehr interessieren und auf weitere 10 Jahre ich hoffe wir sehen uns dann in keine Ahnung 10 Jahren beim zweiten Teil ja da würde ich mich freuen da würde ich mich wirklich freuen auch wenn ich mal irgendwie länger nicht da bin ich versuche mein Bestes dass ich ab jetzt wirklich immer wieder zurückkomme auch wenn ich wie gesagt mal 2-3 Monate oder 4 Monate jetzt nicht da bin das spielt alles keine Rolle ich mache Videos einfach nur weil es mir Spaß macht und ich glaube das war das das war der Grundgedanke auch am Anfang mehr oder weniger also erstmal fing alles an dass ich euch helfen wollte und dann habe ich halt Spaß dran gefunden Videos zu machen und irgendwann ist der Spaß auf der Strecke geblieben und ich glaube jetzt bin ich wieder da wo ich Spaß habe Videos zu machen und ich glaube es nicht nur ich weiß es sogar ich bin da wo ich Spaß habe Videos zu machen und ich habe wirklich Spaß dabei und das ist eigentlich genau das was ich will Videos machen ob es jemand guckt am Ende ist doch scheißegal einfach nicht drüber nachdenken das ist das Wichtigste so ich wünsche euch viel Spaß ähm und ich werde versuchen ähm FlappyMV weiterzumachen jetzt demnächst live und werde aber auch Tutorials wieder vorbereiten das FlappyMV der FlappyMV Livestream ist ja auch eigentlich im Grunde nur eine Vorbereitung zu einem Tutorial was ich eventuell mache mal gucken was die Zukunft so bringt wie gesagt ich mache mir da nicht allzu viel Gedanken das ist besser gut Entschuldigung dass ich weiterrede eigentlich wollte ich schon vor einer halben Stunde wieder aufhören aber es geht immer weiter und immer weiter Tschüss reingehauen wir sehen uns im nächsten Video und schreibt bitte ein paar Kommentare und ja schreibt einfach alles mögliche zum Thema RPG Maker zum Thema DonF204 was euch so einfällt wie ihr zu mir äh zu meinem Kanal gekommen seid warum ihr den überhaupt noch guckt oder warum ihr den mal geguckt habt deabonniert mich falls ihr mich nicht mehr sehen wollt das übliche Szenario na dann Tschüssi bis zum nächsten Mal bis in die nächsten zehn Jahre und noch viel viel weiter also das lange wie ich lebe vielleicht lebe ich auch nur noch fünf Tage man weiß es nicht man soll das Beste draus machen aber wir wollen hier nicht über den Tod reden also Tschüssi und reingehauen bis zum nächsten Mal